Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Dude Gaming und wie ihr schon seht, heute mal mit einem neuen Spiel, wir werden es mal antesten, Ghost of Tsushima und für alle die jetzt schon gedacht haben, oh was macht der, wo ist der, warum kommt der nicht mehr, bei mir war in letzter Zeit einfach Baustelle, sage ich mal, ich habe ein Haus gekauft und ja, habe einen Haufen Baustellen zu tun und zu machen, da hat man einfach abends auch keinen Bock mehr irgendwie aufzunehmen und dann probiert man eher, dass man, ja ich sag mal, einfach vielleicht mal ein bisschen privat für sich spielt oder so, aber Leute, der Kanal ist auf keinen Fall tot, es geht auf jeden Fall weiter, bloß ob jetzt immer in regelmäßigen Abständen Videos kommen, also jeden zweiten Tag, das weiß ich noch nicht genau, muss ich jetzt sehen, wenn hier alles mal fertig ist, dann geht es natürlich weiter, deswegen auch kein Greenscreen jetzt aktuell, hinter mir ist auch Baustelle, da ist das Fenster rausgerissen worden und ist zwar schon Neues drin, aber da muss ein Holo angebaut werden und 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 also das dauert alles noch ein bisschen und deswegen, ja, erstmal ein bisschen, also erstmal ohne Greenscreen und aber irgendwann ist natürlich wieder mit Greenscreen. So, jetzt würde ich sagen, starten wir doch mal in das Game. Ich habe es noch nicht angehabt, aber wir werden mal schauen, wie es so ist. Soll ja, hat ja recht gute Bewertung bekommen. So, Sucker Punch Sucker Punch Sucker Punch So, ich bin aber auf die Ladezeiten gespannt, wie diese sind. Passt du die Helligkeit an, bis die Augen des Geistes kaum noch sichtbar sind. Ja, ich würde sagen, ich würde sagen, ich lasse es ein bisschen heller für euch, weil in der Aufnahme sieht es meistens ein bisschen anders aus und deswegen, ja, lassen wir es ein bisschen heller. Und da auch immer neuer Effekt, immer wenn ich längere Zeit hier mein Aufnahmeprogramm nicht anhatte, irgendwie muss ich immer wieder alles neu einstellen. Ich hoffe mal, dass der Ton einigermaßen passt und ja, schreibt es mir einfach in die Kommentare, falls ihr noch Besserung wünscht. Ich habe jetzt schon den Ton im OBS ziemlich laut gemacht, weil ich hatte mal eine so Testaufnahme gemacht und da war es eher leise und ja, deswegen alles ein bisschen laut eingestellt. Aber wie gesagt, ich stelle es immer ein bisschen lieber lauter ein, wenn ihr könnt ja zu Hause immer noch leise einstellen. So, wähle das beste Erlebnis, die Option, die deiner Audio-Ausrichtung entspricht, Heimkino, Regalboxen, Entwickelt, Lautsprecher, Soundbar, Nachtmodus, Kopfhörer, ich spiele Kopfhörer, Schwierigkeiten, einfach, mittel, schwer, tödlich, wir spielen wie immer Mittel. Wähle die Einstellung, Dialoge auf Deutsch. Dialoge auf Deutsch mit Untertitel auf Deutsch. Ich glaube, das mache ich eigentlich immer so. Tsushima, Japan. Und die Grafik sieht schon bombastisch aus. Das Konsolenreich überfällt unsere Heimat. Sie sind brutal. Unerbittlich. Unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai. Gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk. Das müssen Tausende sein. Wir stellen uns dem Tod und verteidigen die Heimat. Tradition, Mut, Ehre. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind die Krieger von Tsushima. Wir sind Samurai! Fürst Adachi. Geht. Brecht Ihren Kampfgeist. Okay, 80 Gegner Armee. Das wird schon schwer, glaube ich. Woa, 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 woa. Wir sind. Eindringlinge! Lasst euren besten Krieger gegen mich kämpfen! Ich bin Harunobu Adachi, Nachfahre des legendären Yoshinobu Adachi. Komplett unihrenhaft. Okay, verlenken. Ich habe keinen Plan, was ich machen muss. Scheiße. Okay. Muss ich da durchkommen? Ich brauche euch bei mir. Okay, ich denke mal jetzt. Hier ein Art Tutorial jetzt. Hier ist Blocken. Ausweichen. Okay, wir gehen einfach mal hier hoch. Schaut das geil aus. Das ist heftig. Okay, mit der Kamera muss er nur so klarkommen. Das ist heftig. Das ist heftig. Stört! Okay, ich glaube ich bin gleich down. Ich helfe bis zum Ende mit euch, ich weiß. Aber immer wieder Wahnsinn, was die hier aus der PS4 noch alles rauskommt. Ich spielte hier auf 4K, total. Wir tun es gemeinsam. Schalte an, irre zu sein. Hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey. 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 des Genghis. Bruder, ihr seid ein Krieger. Das kann ich sehen. Ihr wurdet hierfür ausgebildet. Und ihr habt Kämpfe gewonnen, die geringere Männer für ungewinnbar hielten. Ihr habt zwar euer Schwert geschärft, aber wisst ihr, wie ich mich wappnete? Ich lernte. Ich kenne eure Sprache, eure Tradition, eure Glauben, welche Dörfer ich bändige und welche brennen. Daher frage ich noch einmal, Samurai. Ergebt ihr euch? Samuraihe gibt sich nicht. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Oh, er ist wach. Das wird wohl der Hauptprotagonist sein, denke ich mir. Ja, wie gesagt, ich denke, dass es jetzt noch viel Tutorial sein wird, ist ja klar. Aber ich finde sowas gar nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, ob er aufwacht. Jin. Wie komme ich hierher? Jemand hat mich schwer am Leben gehalten. Ich muss erstmal ein bisschen umschauen. Schauen wir, was die Knöpfe machen. Nichts. Okay. Jemand hat mich gerettet. Mich hier versteckt. Such mit dem Katana. Hey, greif mich doch an, wenn ich da jetzt hier durchgehe. Du siehst keine Alarm aus. Ach du Scheiße. Kann ich den vielleicht von hinten killen? Nee, kann man gar nichts machen. Okay. Na, muss jetzt mal ein bisschen gucken. Ich muss erst mal ein bisschen gucken. Hier sind überall wach. Hier sind überall wach. Spulen, okay. Okay. Jemand hat eine Klinge gewetzt. Ein Krieger? Meine Rüstung. Kaputt. Aber besser als nichts. Das würde ich auch mal sagen. Mal schauen, wo es Katana ist. Verlasse das Haus und setze deine Suche fort. Ach du Scheiße. Wie geht's den Wunden? Kannst du rennen? Ich? Ich glaub schon. Wo ist mein Schwert? Nicht hier. Garst, hier. Ich erledige das. Bitte, versteck dich. Tut mir nicht. Ich habe Reis. Bitte, nehm dich. Wer bist du? Ich bin Juna. Willst du dein Schwert? Folge mir. Klar. Dann war ich bewusstlos. Solange, dass die Mongolen die halbe Insel einnehmen konnten. Juna. Nicht jetzt. Mist. Runter. Bewegung. Hier lang. Warte. Wir können nichts für sie tun. Aber ich kann die anderen retten. Fürst Shimura war mit mir auf dem Schlagfeld. Der Jito. Vergesse. Juna. Warte. Fürst Shimura ist mein Onkel. Du bist Jin Sakai? You baby. Der Neffe des Jito? Ich muss es wissen. Hat er überlebt? Ich glaub schon. Die Mongolen haben ihn gefangen. Wohin brachten sie ihn? Östlich. Entlang der Küste. Da liegt Burkha Neda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln. Sie töten dich. Oder ich rette Fürst Shimura. Hilfe ihm die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun. Kann Verstärkung rufen. Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst. Warum hast du's getan? Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe. Fürst Shimura kann der ganzen Insel helfen. Und mehr Familie als ihn habe ich nicht. Los geht's. Okay, und weiter. Leute, wenn dir das dir gefällt, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben. Würde ich lieber längere folgen? Das ist ja auch ein Open World Spiel. Oder eher 20 bis 30 Minuten folgen. Ich würde auch längere machen. Ich glaube, dass wir hier einige so ein Spielzeit haben werden. Aber... Oh, durchzweck. Ja, zwei. Man merkt, es ist heftige Grafik, ey. Wahnsinn. Ich bin schon so auf die PS5 gespannt, Leute. Wird wohl auch das letzte Spiel jetzt gewesen sein, für mich, auf der PS4. Cyberpunk oder so, würde ich mir dann gerne für die PS5 schon holen. Ich hoffe auch, dass ich gleich eine Kriege zur Release dann. Vorbespelt wird sie auf jeden Fall, sobald es geht. Geht doch mal stelle, Bitch. Mehr Waren. Los, wir nehmen die Dächer. Du plötterst auf Dächer, plünderst Schlachtfelder. Du bist eine Diebin. Wenn ich was brauche, nehme ich's mir. Wie meinen Katana. Ich habe es gegen Essen und Medizin getauscht. Wie bitte? Keine Sorge. Wir finden den Käufer und holen das Schwert zurück. Das wird ein langer Rütt. Nimm alle Vorräte, die du tragen kannst. Okay, Vorräte. Das ist ausgerard, jemandem. Sie kommen nicht zurück. Vorräte? Ich weiß gar nicht, wie was sie sind. Warte mal, wenn ich runtergehen dürfe. Ich sag mir vor, da sieht kein Alarm aus. Ich glaub, sie ist runtergegangen, oder? Ah, da ist er. Ja, ich muss doch mal schauen. Ob hier noch irgendwas ist. Da ist auch noch was. Okay, Vorräte haben wir. Hier durch. Der Mann, dem ich sein Schwert gab. Und gleich da vorne. Toro. Mist. Die Hunde haben ihn erwischt. Halte Wache. Ich durchsuche das Haus. Dafür werden sie wüsten. Es muss hier sein. Ah, da ist es. Ich bin Jin Sakai. Neffe des großen Fürst Shimura. Und ich bin kein Feigling. Euer Gegner ist euch unterlegen. Ah, schaut das geil aus. Euch fehlt es an Beherrschung. Ich habe trainiert. Mit eures Vaters Waffe. Dem Schwert des Sakai-Clans. Es rettete Leben. Und beendete Kriege. Wer hat das getan? Keiner. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Um die Klinge zu meistern, müsst ihr erst eure Gefühle beherrschen. Das kann ich, Onkel. Zeigt es mir. Dann zeigt mal, was ihr geübt habt. Versucht, mich zu treffen. Ja, Onkel. Angriff. Ich bin bereit. Versucht, mich zu treffen. Ihr solltet ja... Läuft doch. Sehr gut. Hättet ihr so gekämpft, hätte euch euer Angreifer nicht so leicht fälle. Es war kein gerechter Kampf. Stellt euch vor, er ist zurück und setzt euch erneut zu. Mit jedem erdenklichen, schmutzigen Trick. Wie verteidigt ihr euch? Er ist groß. Aber ich bin schneller. Ich bleibe außer Reichweite. Warte, bis er müde ist. Fälle ihn dann mit einem Schlag. Gut. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld. Und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Jetzt durchbrecht meine Abwehr. Zeigt mir, dass Jin Sakai ein mutiger Krieger ist. Nutzt erst einen schweren Angriff und dann schlag schnell zu. Ein schwerer Schlag des Gegners Augen. Dann ein schneller Schlag. Gut. Sehr gut. Bleibt in Abwehrhaltung. Ich bin erschöpft. Können wir eine Pause machen? Wir sind noch nicht fertig. Seid entschlossen und kämpft euch durch den Schmerz. Ah, okay. Das ist meine Heilung. Das ist deine Gesundheit. Okay. Das ist deine Entschlossenheitsanzeige. Nutze deine Entschlossenheit, um dich zu heilen und andere Spezialfähigkeiten einzusetzen. Okay. Du hättest Entschlossenheit, indem du gegen den Tötelsangriff parierst und andere fortgeschrittene Fähigkeiten einsetzt. Okay. Lernt jetzt zu parieren. Wartet, bis ich zuerst agiere. Sobald ich angreife, wehrt meinen Angriff ab. Ihr müsst parieren, bevor ich zuschlage. Schöne Parade. Gute Leistung, Jim. Ihr werdet besser. Braucht ihr eine Pause? Es braucht mehr als ein Kind, um mich außer Atem zu bringen. Nun gut. Zeigt mir eure Abwehr gegen einen Speer. Weicht meinem Speer aus und führt einen Gegenangriff durch. Gute Reflexe. Nach einem Angriff bin ich verwundbar. Ihr habt eine kleine Chance zuzuschlagen. Nutzt sie. Sehr gut ausgewischt. Denkt daran. Ausweichen. Dann Konter. Hervorragender Kontakt. Okay. Seht ihr? Ihr könnt jede Waffe, jeden Krieger bezwecken. Danke für die Lektion, Onkel. Wir sind noch nicht fertig. Jin Sakai. Erweist ihr mir die Ehre eines Übungskampfes? Ich will euch nicht verletzen. Bei so viel Zuversicht, wie wäre ein kleiner Ansporn. Wer zuerst fünf Treffer landet, wählt das Abendessen aus. Ach du Scheiße. Hoffentlich mögt ihr Tintenfisch. Sehr gut, Jim. Guter Schlag, Onkel. Bevor wir essen, habe ich eine letzte Frage. Seit Generationen leben unsere Familie nach einem Kodex. Nennt mir die Tugenden, die uns leiten. Treue zu unserem Fürsten. Beherrschung unserer Gefühle. Und... Ihr wisst das. Ehre. Tapfer zu kämpfen für das Vermächtnis des Sakai-Clans. Dies sind die Worte eures Vaters. Was bedeutet Ehre für euch? Ich glaube... Menschen zu beschützen. Die, die nicht für sich selbst kämpfen können. Ihr habt ein gutes Herz. Doch zuerst müssen wir zeigen, dass wir unserem Fürsten dienen. Mit Mut, Integrität, Selbstbeherrschung. Bei euch klingt das einfach. Es ist nie einfach, Jim. Ich ringe jeden Tag damit. Doch wir müssen unserem Volk ein Vorbild sein, indem wir dem Kodex treu bleiben. Und uns selbst. Das ist die Bedeutung von Ehre. Sau cool gemacht. Sau geil. Das ist die Bedeutung von Ehre. Du hast dein Schwert wieder. Wo finde ich ein Pferd? Die Ställe sind recht nah. Hier lang. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, machen wir erstmal ein kleines Päuschen und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Es macht auf jeden Fall Fun. Also, wir haben zwar doch gar nicht so viel gemacht, finde ich. Aber ich finde, irgendwie ist es wie ein Kinofilm. Also, gefällt mir richtig gut. Deswegen würde ich sagen, machen wir natürlich auch dann in der nächsten Folge genau da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, bleibt auf jeden Fall dran und gebt mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo. Auf was ihr los habt, Leute. Ich würde mich über alles freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Reingehauen. Euer Andi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020